und nächste Runde mit dem Tobi und dem Dinter als solche und wiederum Gammelschamp in den Spielen das ist genauso genau so wie Tobi das ist schon irgendwie auf Rhein-Rain-Rain-Rain-Ton-Kirchner wir spielen wieder Blu-S-Rail das ist aber Zeit wir gehen das zumindest so St das starte ich denn mit der dann haben wir zum Beispiel mit der Fall abgeben wahrscheinlich hast du gegen blinde Noobs gespielt die ihre Anließe mit dabei hat recht und das war das Lissin war dabei. Da hat der Tobi schon gut kassiert. Nein, Kragas ist unterwegs. Das ist ein Witz. 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 Gelux weiß anscheinend nicht, dass man Q noch mal aktivieren kann. Q? Das ist der E. Ah, mein ich doch. Ja, ey. Ja, steinige mich. Der Kuh ist der Double Cage. Doch, weiße. Okay, Eve Playstyle, Invis gehen ranlaufen, Q weglaufen. Kackschild. Dreh mir den Spieß mal um. Diesmal mach ich den. Range, motherfucker. Aber hier super, Timo wird schon regeln. Jep, 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 hoffen wir es mal. Getroffen. Wo schießt Luchs hin? Ich habe kein plass zu Tümer. Das habe ich auch gerade gefragt. Ich habe keinen plass zu Tümer. Das habe ich auch gerade gefragt. Okay, soll ich doch mal Tränke trinken, jetzt? Halt, irgendwie noch einen reingetan hat. Bitte, ich war aus dem Ding, aus dem Kreis draußen ein. Oh, ne Spaß. Oh, ne Spaß. Au. Damit passiert. Ja, und bitte. Seit 30 Jahren getätigt. Nun haben wir auch noch zwei von den Kammern. Nein. Nice, Togo. Das ist... Nichts? Kann man so auspüren? NEIN! Ich will den Panen, dass er gerne in die Presse sprühen. Ja, Mann. Wie du... I'm on it! I'm on it! I'm on it! Die Schlampe. Gut geklappt. Gleich wollte ich einkaufen gehen. Mega Ausrede. Ich kann nur immer sagen. Auf Achtung! Wir haben keinen Gegner getötet. Oh, das ist okay. Ja, wir machen uns mit wiederverlösen. Wat? Haha, luup luup! War doch wohl der größte Lackschot, den nur je gerissen hat. Ja. Ein Verwinderter wurde getötet. Ein Verwinderter wurde getötet. Ein Verwinderter wurde getötet. Meinz! Oh, mit dem will ich nicht spielen. Boah, ficken! Boah, ficken! Beinahm! Beinahm! Ach ja... Ach ja... Und ja, Pante war eben schon geplant. Aber die Luxen nicht. Aber umso schöner, dass sie mit drin war. Das war jetzt nicht das nicht. Okay, wir haben sie in der Achtung. Obwohl sie sich nicht ins Kerbeis haben. Das ist die ganze Zeit. Unsetziert. Ich nehme dich jetzt. Das ist alles. Er braucht schon eine Karte. Hier drüben! Jetzt wird's aber Zeit! Ey, kann da auch kein Schritt draus, gell? Ja, ne... Ey, da wozu auch? Wir haben genug Range-Programm hinten zu bleiben. Ja, wir haben genauso viel eigentlich. Viel bisschen useless. Ja, nice. Wie wenig Hapi diese fucking Amumu-Sau hat. Wie wenig Hapi diese fucking Amumu-Sau hat. Wie wenig Töne, wie- Ok, aber dann ist es vielleicht nicht so schön. Das G favourme, wie man hier schicken ... Wie viel Töne, dass zur nächsten Mal. Wie viele Töne! Wie viele Töne Meiner Korte. Wie viele Töne, die Töne aufbauen und sich sagen, wie man dort ganden ist. Wie viele Töne, die Töne der Karte. Wie viele Töne... Wie viele Töne... Wie viele Töne... ... alle Töne... ...töne... die die nichts er ist ja wohl gerne gehabt da war ich ja wohl schon aus deinem cage draußen schlampel Okay. Oh, wie kann man das? Oh, wie kann man das? Oh, wie kann man das? Ich habe die Hunde gekümmt. so ein Lufa. Ja. Ja. Danke. Man kann es ja mal versuchen. Oh fuck, sterbe. Noob. Ah, der Maul. Hup. Egal, Eisquellhandschuhe ist fertig. Jetzt kann ich den Debs auf den Nistchen gehen. Ich glaube, ich hätte die komische Träne doch behalten sollen. Ja, ich hole die nochmal wieder. Ja, ne, ist klar. Ja. Oh, leute sie dir. Ein Gegner wurde getötet. Schön, dass es auf dieser Map auch noch eine halbe Stunde später an Support gibt. Ja. Badge. Weißquellhandschuhe. Weißquellhandschuhe. Ja. Was ist das für ein Ulti? Ups. Ah, Luxusau. Auf geht's! Oh. 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 Toast. Oh. 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 Oh-oh. Oh. Und Dinter, wie ist es zu haben, im kleinen Busch zu sitzen? er ist total Klappe ist ja macht Spaß nur Schäden die Invis-Kacke von jedem Punkt der Merkirche relativ genau ins Ende von Luxulti gesprungen so ein Scheiß Schäden nicht mal Lux kaputt so ein Noob ein Gegner wurde getötet so grapieren sie jetzt alle andere mit den Pilzen schaut so aus der Ulti ging ja wohl auch in den Pfarrer was wolltest du da machen Rasenmähen? auf jeden Fall Scheißbüsche müssen weg ey toll wo soll ich mich dann verkriechen? bis eh unsicht bei der Postkampus dafür boah das klingt so falsch, wa? das klingt so falsch das klingt so falsch er braucht schon eine Karte ja ja, chill, Manus wie gedacht ich kann hier echt nichts machen außer dumm rumstehen ja, das machst du doch eh am liebsten ja, mit Timo nichts anderes hast du eben auch gemacht, ja ja, aber da funktioniert ja Pilzsätzen rumstellen, warten bis einer reinläuft, freuen mhm boah, wie oft die ihre Ulti hat, wa? Tv schieß erst auf dein Schild, wenn ich darf nicht was ist ... ... ... ... jetzt wird's aber Zeit ... ... ... ... Das ist ein Wettbewerb. Das war knapp. Battle der Barrieren, oder was? Fick dich. Fick du dich auch. Was sagt, fick dich? Ja, das war der Fallschalter. Ja, nimmst du das bitte. Was haben die denn gegen mich? Nicht wütend sein müssen. Ja, doch. Einmal wie du das bist. Die Spitze. Lux, jetzt treibst du nicht auf die Spitze. Oh, oh. Seht's bald. Der Spruch war ungefähr so wie sich wie Hodenkrebs. Ja, und der ist schon ziemlich komisch. Nein, Hodenkrebs ist nur kurz vor Ostern lustig. Sie sind ironisch, zu dem Zeitpunkt, Eier zu verlieren. Oh, mein Gott. Na, der hat damit nichts zu tun. Meins nicht? Na. Wie, ich hab keine Ulti. Ich wollte schießen. Du bist nicht Lux. Ne, ich hab mich alle zwölf Sekunden meine Ulti. Boah, die Sivir da, ne? Die schreit so nach. Ich will gern die Ulti fressen. Du bist tot, Alter. Abgestaubt. Da hab ich aber auch einen Teil so beigetragen. Nur weil du Ulti anmachst, heißt das nicht, dass es deiner ist? Doch. Ach, fast. Natürlich, das ist so. Ist das so? Ungeschriebene Besetzer. Nein, das hab ich beschlossen. Ist so. Also, wenn ich Ulti anmachst, dann ist das so. Aber bei allen anderen ist das so. Nein, das ist so. Ich treib dich nicht mal auf die Spitze, Lux. Das ist auch, haha. Fick dich. Fick dich. Darum war ich nur, wie ich bisher das Freimium auch manchmal. Wer hat dir League auf letztens bloß beigebracht, ey? Na, hoffentlich nicht du. Nee, wenn du das gemacht hast, dann wäre er schlechter. Das nehme ich jetzt einfach mal als Kompliment. Das ist kein Kompliment. Wenn du sagst, dass er schlechter wäre, wenn ich der Lehrer bin und ich aber war, dann ist das ein Kompliment, doch. Eigentlich war das eine Beleidigung. Nein, dann hast du es falsch formuliert, Alter. Was bist du denn für ein Move, ey? Was hast du denn schon bei dir mitgenommen? Bin super stolz auf dich. Ja, ne? Hm. Glaube ich dir irgendwie nicht. Nö. Ich hätte es auch machen können, bis vorher der Turm gefallen ist. Der Turm wäre so oder so gefallen. Oh mein Gott. Halt mich halt fest, Schlampe. Aber diesen Hextech-Gunplay mit Uschi lohnt. Ich hab kein Pass. Ich hab nicht planen, wie man die spielt. Ich spiele die Spiele full AP. Voll reingesprungen, sagst du? Ich hab kein Pass. Ja, Alter, diese Mumu-Fotze, ne? An einer Mumu-Ulti kann doch das ganze Team aus meiner Rotzen, ey. Sehr gut, super Temo, komm, nochmal, dreifach Tötung, wie nur Doppel, dreifache, ja, genauso, oh, hat er vielfach geklaut, das aber böse, hat du nicht anders gemacht, stimmt auch wieder, nur bei Penta lasse ich über, aber nicht beim Quattro. Ich dachte, der krepiert jetzt an dem Super-Minion, ja, Mann. Aber hin, Super-Minion macht mehr Schaden an ihm, als er heilen würde. Ja, schon krass. Ach, komm, immer auf mich, du Knackwurst, ey. Ja, okay. Ja, okay. Immerhin war Ulti, sagst du, darf man stealen, ne? Deine Regel. Am Arschlucks. Ich glaub, die haben was gegen mich. Oh, spring, spring, spring. Okay. Hauptsache Mumu hinten halten. Rennen! 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 Daneben! Du bist so ein Fucker, wach! Und Spaß! Was denn? Hat doch funktioniert! Mumu werden dem Pilz nicht verreinigt. Natürlich nicht. Komm mit! Komm mit! Komm mit! Super Teemo! Oh! Verdammt! Ach, den krieg ich auch noch! Komm mit! Komm mit! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ey! Stirb doch, du fatze Mumu! Geht doch! Und? Jo! Ein Gegner wurde getötet! Der heilt sich schnell! Keine Chance! so macht man das ach das ist so unglaublich sch ach ja jetzt wird es aber Zeit St und 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 bleibt ein drücker als hochgegangen ist sie sind Nein! Ah, Ficken. Wie knapp, fast beide bekommen. Darum weiß man jetzt, die Geräte. Geht schon wieder 30 Minuten. Alter Schwede, ey. Oh, was für ein Argan, ey. Echt, ne? Schon anstrengend im Moment. Ja, für mich besonders. Ich renne blind rein und hämmer irgendwelche Tasten, weil... So ASDF und so, ne? Das sind genau die. Nein, die kann ich nicht hämmern, damit laufe ich doch. Ach ja, stimmt. Spiel League of Legends im Ego-Modus und so. Im Ego-Modus, das wäre es auch, ey. Also eigentlich spiele ich mit dem Lenkrad. Das erklärt aber auch, warum meine Skill-Shots nicht treffen, weißt du? Ja, aber wenn ich es irgendwann mit dem Lenkrad kann, bin ich der Uber-Pro. Du bist so ein Idiot, Alter. Oh Gott! Hallo, Freunde! Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Gegnerische Doppeltötung Euer in südlich werde zerstört Geschickt gefangen Ein Gegner wurde getötet Drei-Fach-Tötung Wer trot ist und ein Triple-Kill macht? Drei-Fach-Tötung Er hat immer versucht reinzuschieben in die Dings, ne? Ich kann ihn ganz hingelaufen Wieso 130 FPS? Alles klar Ah... Ah, okay, das sehen Verkaufs am Rändern? Ja, mache ich gerade nebenbei Drei-Fach-Tötung Die guten Hoffentlich Nur Mit Kaulquappen Und fröschen mit Langzimmern und so Wieso? Niemand Wieso? Ich bergte mal den Nibis vor Hmm! Macht ich noch Oh Gott, wie oft hat den hier verhurt du Ulti Das hat gut geklappt Höh! So, das ist nichts. ich hab die ist da weiter ob Gott ein sie immer trifft ich bin ich spiele bestimmt auch mit dem Lenkrad ja auch scheinlich ist mal fest schicke ich den Buster nicht Ich wusste es. Fuck, ich wollte gerade weghüpfen, ey, ohne Scheiß. Jo, krieg ich einen Pilz. Alter, die rotzen mich aber auch gut weg, ne? Alter, ich geh vorne auf Tank, man, und ich versteh's einfach nicht. Wie der T-Musiker ausgetrickst hat. Kaufen mal die Magie, sie bringt es, sie kauft mir HB, bringt es, sie kauft mir Rüst und bringt es. Ah, ja, zwei Tricks. Ja, jetzt kann Evelyn easy peasy backdormens Bock haben. Wenn das nicht eh schon sein wird. Ja, das ist es. Sauber, endlich geschafft, ey. Kommt leider noch ne Ulti angeflitzt, und dann verabschiede ich mich. Da, wiii. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Bis dann! Bis dann! H democratsche. Da, heilig.